Ich habe ja lange überlegt, ob ich zu Crown Jewel so sonst irgendwas machen soll und wusste eben auch bis vor ein paar Tagen nicht mal genau wann es stattfindet oder Entschuldigung bis letzte Woche. Hi übrigens, ja heute ist WWE Crown Jewel und zwar ab 18 Uhr, 17 Uhr Kickoff, 18 Uhr Main Show. So und weil ich habe es im Discord gemerkt, das hat da ja anscheinend nicht jeder auf dem Schirm, deswegen sage ich es auch noch für euch dazu. Vielleicht habt ihr mich ja abonniert und denkt euch, hä was, heute ist WWE Event, Donnerstag, hä, was da los? Ja, Crown Jewel ist heute, ab 18 Uhr wie gesagt und wenn ich keinen Urlaub hätte und wenn diese Card, anders als die ganzen anderen Saudi-Cards in der Vergangenheit nicht tatsächlich Aufbau hätte, zumindest von der Relevanz eigentlich ganz groß wirken würde, über fast die gesamte Match-Card verteilt, hätte ich gesagt, ja warum soll ich es gucken? Ich hätte es wahrscheinlich nicht mal privat geguckt, trotz der humanen Uhrzeit. Das ist übrigens das einzig Humane an dem Event heute, nur mal so. Aber nein, die Card ist relevant, die Card ist für ein WWE Pay-Per-View in diesem Jahr eigentlich sogar relativ gut aufgebaut und ich würde sogar fast behaupten, das ist so neben, das ist so mit Mania und Summerstam so auf einer Stufe in Sachen Größe der Card und Relevanz und auch die Match-Paarungen versprechen jetzt nicht mal so wenig. Du hast zwei Turnierfinals, okay, das Raul-Turnier kannst du in die Donne kloppen, okay, aber du hast zwei Turnierfinale, du hast zwei Tag-Team-Title-Matches, eins im Kick-Off, eins ist ein Raw-Tag-Team-Title-Match im Rematch vom SummerSlam, wo man eh ein bisschen enttäuscht war, vielleicht wird hier mehr gezeigt. Du hast das Ich-bring-dich-um-Match zwischen Bobby Lashley und Goldberg, wenn schon Menschen getötet werden, wenn dann nicht, wo dann nicht, dann Saudi-Arabien, wenn dann schon dort. Und ja, auch die World-Title-Matches versprechen jetzt nicht unbedingt wenig, also ich glaube, da werden wir oder haben in diesem Jahr schlechtere Pay-Per-Views gesehen. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, die Stars sind aligned, alles perfekt in einer Reihe und wie gesagt, ich habe frei. 18 Uhr ist Pay-Per-View-Start, alles ist human. Dann gucken wir es uns an. Live-Reactions Watch Together Stream ab 17.30 Uhr auf Twitch und wahrscheinlich zu ein, zwei Matches auch noch Live-Reactions auf diesem Kanal, je nachdem. Und, falls ihr eine Review hören wollt, ich bin morgen ab 16.30 Uhr eingeladen auf dem CM-Podcast-Kanal, also auf dem Cage-Cast-Kanal, bei einer Live-Review dabei zu sein mit dem guten Flosch. Also, wenn ihr da auch meine Meinung rückwirkend dazu hören wollt, einfach auf den YouTube-Channel gehen, CM-Podcast, sollte viel mittlerweile ein Begriff sein. Ähm, und da bin ich dann zu hören, um mal auch meine Meinung zu dem Event, äh, falls euch das Ganze eben interessiert. Und heute eben das Watch-Together, äh, Live-Action dazu eben, weil, äh, ja, Event wird wahrscheinlich von 18 bis 21 bis 21 Uhr dauern. Schöner kannst du es für ein Event nicht haben, Matches könnten sogar ganz gut werden, Aufbau ist wie gesagt sogar halbwegs da, also, gibt Schlimmeres, denke ich einfach mal. Und, äh, vielleicht habt ihr ja Bock, vielleicht sagt ihr, hey, scheiße, heute ist ja ein WW-Event, ja, guckt was uns gemeinsam an, oder, ja, die Zeit ist, äh, äh, in Ordnung, mach mal. Und deswegen würde mich freuen, wenn ihr da diesbezüglich dabei seid. Eine Sache noch, ich wusste jetzt nicht, ob ich noch ein extra Video dazu machen sollte, ich verpack's mal hier, äh, rein, äh, kurz mal angesprochen, vielleicht mach ich eh noch ein extra Video dazu. Aber mir fällt's gerade ein, und Discord wurde gerade heiß diskutiert bei mir, ähm, New Japan, holy fuck. Es gibt, aktuell vergeht kein Tag, wo New Japan nicht irgendwo in, in der Scheiße steht, sei es jetzt durch Eigenverschulden, scheiß jetzt, äh, sei es jetzt durch, durch mega viel Pech, sei es jetzt durch Verletzungen von Wrestlern, äh, und heute dachte man sich so kurz, hey, New Japan, geht richtig wieder bergauf. Auf das Comeback von Katsuyori Shibata aus dem Nichts, in einem, äh, 5-Minuten-Exhibition-Match gegen Sex Saber Junior, der dann gesagt hat im Nachhinein, aber nächstes Mal, äh, geht's richtig zur Sache. Also anscheinend ist Shibata tatsächlich back, ein Wrestler, den man zumindest inringtechnisch für tot erklärt hat. Ähm, also inringtechnisch im Sinn von Retired. Das war jetzt blöd ausgedrückt, sorry. Ähm, ein Wrestler, den man quasi für Forever Retired gehalten hat, nach seiner schweren, äh, ja, Kopfverletzung, inneren Kopfverletzung eben, damals im Match gegen, äh, Okada, 2018 müsste das gewesen sein, 2017 oder 2018, ich bin mir grad nicht sicher. Ähm, und, äh, ja, das, äh, hat jeden sehr, sehr vielen New Japan-Fans gefreut. Weil man dachte sich so, Fünkchenhoffnung, ey, es ist nicht alles in diesem Jahr bei New Japan scheiße. Und dann kommt das G1-Finale und Kota Ibushi verletzt sich ganz, ganz schwer. Ein Mann, der sich durch das gesamte G1-Turnier schon geschleppt hat mit mehreren Blessuren und Verletzungen, der im Halbfinal-Match schon echt nicht mehr fit ausgesehen hat, der, wo auch manche Spots noch nicht mehr so gesessen haben, was für Ibushi unüblich ist. Denn Ibushi ist ein Perfektionist, was, äh, was den Ringstil angeht. Ähm, und ja, ähm, was soll ich sagen, Ibushi zeigt einen Phoenix-Splash ins Leere, Okada weicht aus und Ibushi landet halt mit seinem gesamten Körpergewicht sehr unglücklich auf, äh, dem, ich glaube, linken Arm war es. Die Armpartie, man weiß nicht genau, was ist Schulter, Oberarm, Unterarm, auf jeden Fall scheint es der Arm durch zu sein. Ähm, man hat das Match dann sofort abgebrochen, Referee Stoppage, äh, Okada hat somit das Finale gewonnen. Zu einem sehr, sehr unglücklichen, ja, Zeitpunkt und, äh, ja, New Japan im Jahr 2021 ist absolut verflucht. Sei es jetzt die Main-Titelträger, sei es jetzt der Titel selber, sei es das Booking, äh, sei es fucking, Zitat-Flosch, Heal-Evil-Fick-Scheiß, äh, äh, Faktik-Togo an der Stelle und, äh, ja, ja, New Japan aktuell, ne, vor zwei, drei Jahren, vier Jahren der heißeste Scheiß im Wrestling und mittlerweile so, so kalt wie der Winter in Sibirien. Freestyle. Ähm, ja, das mal so ein kurzes Zwischenfazit zum New Japan-Tag heute. Ähm, ja, könnt ihr gerne heute noch weiterreden, wie gesagt, schaltet gerne ein, 17.30, auf Twitch bin ich online zu WWE, Blood Money, ich meine, Crown Jewel und, äh, ja, könnte trotzdem, wie gesagt, ganz, äh, eine coole Show werden. Also, man hat sich offensichtlich mehr dabei gedacht als in den letzten Jahren. Wir gucken einfach mal, ne, und, äh, ja, wir sehen uns auf jeden Fall dann zum Pay-Per-View womöglich und freue mich auf euch. Twitch-Link, wie gesagt, in der Beschreibung. Macht's gut, haut da rein, habt euch lieb und, äh, ciao, ciao. Twitch-Link, wie gesagt, in der Beschreibung.